Der Big & Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big & Sports Podcast. Heute mit Patrick Pihan und Richard Ströhl von Paddelbox. Hallo. Hi. Hi, grüß dich. Wir wollen unter anderem über Paddelbox sprechen. Dazu sollten wir aber, obwohl wir da schon mal einen Podcast drüber gemacht haben, nochmal erklären, was ist Paddel? Patrick, willst du? Soll ich? Mach du mal. Ich fang mal an. Du bist unser Sportdirektor. Genau. Und ich war auch derjenige, der dann am Anfang auf die Idee gekommen ist, Patrick, wir müssen zusammen unbedingt was mit Paddel machen. Wenn man Paddel versucht, in einem Satz zu beschreiben, dann sagen wir immer, Paddel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Wir paddeln nicht auf dem Wasser irgendwo, sondern wir sind auf einem kleinen Tennisplatz. Dieser kleine Tennisplatz mit einem Netz in der Mitte und Linien, sehr ähnlich wie auf dem Tennisplatz, der ist dann umrandet von einer Stahl-Glas-Konstruktion. Und diese Wände drumherum, die werden dann ins Spiel mit einbezogen. Also man hat einen Schläger, der erinnert an einen Beachball-Schläger. Man hat einen tennisähnlichen Ball. Und man spielt in der Regel ein Tennis-Kleinfeld-Doppel. Man muss über das Netz spielen, ins Feld von den Gegnern. Man darf keinen Fehler machen, also nicht ins Netz spielen oder nicht ins Aus. Ins Aus wäre gegen eine Wand direkt auf der anderen Seite zu schlagen. Und dann darf man diese Wände mit einbeziehen. Und das macht das Spiel unheimlich attraktiv. Wer möchte, googelt das gerne mal. Findet man ganz schnell tolle Ballwechsel von der World Paddeltour. Das Ganze gibt es von Einsteiger, rein Freizeit, Breitensport bis hin zum Profi, bis hin zur Profitour weltweit. Und ist unheimlich einfach zu lernen und wird von Spielstunde zu Spielstunde immer attraktiver und mehrdimensionaler. Also man hat nicht nur das frontale Spielen wie beim Tennis, Tischtennis, Badminton oder so. Sondern das ist dann das Squash-Element. Man spielt den Ball auch einmal, auch dann mal, wenn er von der hinteren Wand oder von der seitlichen Wand abprallt. Und so gehen die Ballwechsel immer, immer weiter. Also wir sind auf dem Paddelplatz. Oder wir nennen uns auch gerne Paddelbox, weil das auch an eine Box erinnert. Okay, also ich darf halt auch über die Wände übers Netz spielen. Genau, das sind dann so Spezialschläge, die dann nach ein paar mehr Spielstunden dann auch funktionieren. Und das ganze Spiel nochmal ein bisschen komplizierter, aber auch dadurch attraktiver macht. Und was ist dann jetzt Paddelbox? Hört sich an wie eine Kiste mit Paddelschlägern drin. Ist es aber nicht. Nein, Paddelbox ist das Produkt und die Paddelwelt, die wir anbieten. Wir haben unsere erste Anlage in Köln Paddelbox genannt, haben das systematisiert und betreiben jetzt vier Paddelboxen in Deutschland. Momentan mit dem Schwerpunkt in NRW. Das soll aber sich deutschlandweit ausbauen. Und diese Namensgebung, die zieht sich bei uns so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Natürlich, wie Ritchie gerade gemeint hat, könnte man den Paddelcourt auch als eine Paddelbox betrachten, weil es ein Tennisplatz ist, ein Mini-Tennisplatz ist, der ein bisschen eingeboxt ist mit Glas, Stahlwänden. Aber die Paddelbox selber ist unsere Paddellocation, unser Paddelcenter als Produkt. Okay. Wie zur Hölle kommt man da drauf, sowas zu machen, außer man findet nicht genug Paddelplätze? Das ist aber am Ende die Motivation für ganz viele Menschen, die sich schon mit dem Thema Paddel beschäftigt haben und sich beschäftigen. Man findet vor allem in Deutschland zu wenige Plätze und dann muss man dafür sorgen, dass man sich selber seinen Platz dann aufbaut. Also im Prinzip dann vom Spieler. Man hat das irgendwo kennengelernt. Ich sagte gleich, wo wir das kennengelernt haben. Und dann will man spielen und kann aber nicht, weil es keine Plätze gibt. Da muss man selber dafür sorgen, dass Plätze gebaut werden. Es gibt viele Beispiele, dass Paddelplätze in Vereinen auf Sportvereinsgeländen dann gebaut wurden. Und es gibt aber auch die kommerziellen Betreiber, die dann freie Flächen in ihrem kommerziellen Sportangebot besser auslasten wollen und Paddelplätze mit integrieren, so wie wir das in Köln gemacht haben. Ich bin tatsächlich, ich bin der Tennisspieler, der aus der Tennisszene schon immer Tennis gespielt, Training gegeben, Studium so finanziert und in der Tennisszene in und um Köln sehr aktiv gewesen. Und irgendwann kam mein Trainerkollege zu uns in die Halle und meinte, ey Rich, ich habe etwas total Geiles gemacht. Ich habe gepaddelt. Ja, ja, gepaddelt. Und jetzt? Ja, zeige ich dir. Pass auf, wir gucken ein Video an. Haben wir bei YouTube ein Video angeguckt und das sah so geil aus. Und der war so fasziniert von diesem Sport, dass wir da, okay, wo können wir spielen, wo können wir aus? Ja, hier an der Uni in Köln, Unisportgelände. Da gibt es seit 2013 zwei Paddelplätze. Kann man da machen. Noch nie gehört, auf den Platz gegangen, unfassbar Spaß gehabt. Wir Tennisspieler tun uns da sehr, sehr leicht. Und dann geht man von dem Platz runter mit einem Strahlen und mit einem Gedanken im Kopf, ey, das ist ein geiles Hobby. Das macht Spaß. Aber diese zwei Plätze an der Uni, die reichen nicht aus. Wir sind ja hier über eine Million Einwohner in Köln. Wir brauchen mehr Plätze. Und wir wollen uns damit auch beruflich beschäftigen und, und, und. Und so hat das dann seinen Lauf genommen. Also von einem reinen, mal ausprobieren, Hobby bis hin zu, wir treiben Paddel, die Paddelentwicklung in ganz Deutschland jetzt voran. Und bringen die Sportart nach Deutschland. Und wie ist Patrick ans Paddeln gekommen? Also nicht ich, sondern der andere? Das war meine Schuld. Ja, das stimmt tatsächlich. Die Geschichte in kurz ist, dass meine Frau und ich aus dem Urlaub kamen und Ritchie direkt am nächsten Tag bei uns zum Frühstück vorbeikam und hat gesagt, du Patrick, ich habe einen Flug nach München gebucht. Wir fliegen übrigens morgen auf die Isbo. Da wird Paddel ausgestellt. Das ist der neue geile Scheiß. Müssen wir machen. Ich habe gesagt, okay, habe meine Frau angeguckt, die nickte nur stumm und waren auf dem Weg nach München, haben uns Paddel angeschaut. Ich war eigentlich mehr darauf erpicht, weil Ritchie und ich sind alte Jugendfreunde, dass wir es endlich mal wieder schaffen, drei Tage irgendwo miteinander so ein bisschen zu verbringen und vielleicht das eine oder andere Bier zu trinken und ein bisschen Sport zu gucken auf der Isbo. Wir haben ja zusammen Sport studiert, also sind tatsächlich sehr sportverrückt. Aber wir waren am ersten Tag auf der Messe in München, haben Paddel gesehen, haben es sofort verstanden, waren sofort infiziert, haben um die Bedeutung gewusst, weil Paddel ist sehr zeitgemäß. Es trifft den Kern der Gesellschaft, es trifft den Sportlerkern, es trifft den Communitykern, sodass wir darauf aufbauen, mehr oder weniger drei Tage auf der Isbo waren und drei Nächte an der Hotelbar waren und dort direkt angefangen haben, um Businesspläne und Konzepte zu schreiben. Und dann ging das immer weiter und das Thema hat uns nicht losgelassen und wir haben dann abwechselnd entweder die Excel-Tabelle zerrissen, weil die Zahlen nicht stimmten von dem Konzept, was so cool war. Oder wir haben die Zahlen richtig gehabt und dafür war aber das Konzept doof. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, dass das miteinander passte und stimmte. Dann haben wir gesagt, super, jetzt sieht das auf dem Papier alles klasse aus, jetzt brauchen wir nur noch die Location, mit der wir es umsetzen. Und dann kam tatsächlich bei uns in Köln per Zufall die erste Paddelbox um die Ecke, haben wir uns angeguckt und haben gesagt, so, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Dann haben wir gegenseitig unsere Frauen gefragt, ob wir mal kurz ans Partnerkonto dürfen. Das haben die Frauen dann zähneknirschend auch abgenickt. Ja, dann ging es los, der Rest ist Geschichte. Okay, also so, fehlte nur noch die Garage, so eine Start-up-Story. Ist es tatsächlich, und wenn man so möchte, die Tennishalle in Weiden, in Köln-Weiden, ist ein bisschen so unsere Garage. Das betrachten wir so ein bisschen als den Ursprung von allem. Und wir haben auch so ein kleines Nostalgiegefühl jeden Tag, wenn wir da entweder dran vorbeifahren oder uns einen Tag dort aufhalten oder selber spielen. Das lässt uns emotional tatsächlich nicht los. Ja, es gibt ja auch den Spruch, gute Dinge beginnen immer in einer Garage. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Baut es fast die Küche. Oder die Hotelbar in München. Ja, die Hotelbar in München hatte auf jeden Fall Spaß daran, uns beide als Gast zu haben. Ja, habt ihr da nicht alles voll Papier gemüllt? Es war, glaube ich, alles, was uns in die Finger kam. Bierdeckel, Unterlagen, Blöcke, Bestellzettel. Ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal eine Rechnung auf der Rückseite von so einem Kassenbon aufgesetzt. Eigentlich hätten wir das rahmen müssen, aber das haben wir dann in München zurückgelassen, größtenteils. Ich meine, das ist jetzt, ja, erstmal gehen wir zurück dahin, eine super Idee. Wir finden Sportart gut, ihr dann halt Paddel. Es gibt zu wenig Plätze, lass uns die Plätze bauen. So, dann braucht ihr irgendwo Geld, das habt ihr euch bei eurem Partnerkontos besorgt. Wie geht das denn weiter? Ich denke mal, in Deutschland war es sehr, sehr schwierig, Material und so weiter für Paddelplätze zu finden, oder? Ja, in Deutschland ist es schwierig, dafür Material zu finden, weil in Deutschland dieser Markt einfach noch nicht da ist und demnach auch keine Anbieter da sind oder sehr wenige Anbieter nur. Und Made in Germany ist dann für ein kleines Startup-Unternehmen vermeintlich teuer. Man schaut sich dann nach Alternativen um und erkundigt sich mal, wie die Nachbarländer, die, es gab ja, also wir sind, wir hängen so ein bisschen hinterher. Und 2015, als wir uns mit dem Thema angefangen haben zu beschäftigen, da gab es in den umliegenden, in den Nachbarländern gab es schon deutlich mehr Aktivitäten im Paddelbereich. Und man kommt dann natürlich mit Recherche und mal Netzwerk aufmachen, sehr schnell nach Spanien. In Spanien ist das ja ein absoluter Volkssport geworden und inzwischen schon seit längerem die zweitgrößte Sportart hinter Fußball. Also die Tennisvereine, die heißen nicht mehr Tennisverein, sondern Paddel- und Tennisverein. Der Anteil von Paddel ist dort schon größer als der Tennisanteil geworden. Und in Spanien werden diese Paddelplätze, beziehungsweise alles, was du an Paddelmaterial brauchst, dann Schläger, Bälle, Klamotten, Schuhe, irgendwelche Trainingsmaterialien oder sowas, die werden da am Fließband hergestellt. Also es gibt da eine ganze Menge Fabriken, die Paddelplätze produzieren, die natürlich alle Interesse haben, auch über den spanischen Markt hinaus dann zu vertreiben und ihr Business zu vergrößern. Und so sind wir da recht schnell auf viele interessante potenzielle Partner gestoßen, die dann alle natürlich gerochen haben, Oh, Deutschland ruft und vier Plätze direkt. Da sind wir doch mal sehr kooperativ, zeigen uns mal sehr kooperativ, machen gute Angebote. Und da haben wir dann sehr viel Zeit mit verbracht, uns den passenden Partner auszusuchen, mit dem wir bis heute auch noch zusammenarbeiten, weil wir eine sehr erstaunlich zuverlässige, professionelle spanische Firma gefunden haben, die uns in Sachen Qualität, wie gesagt Zuverlässigkeit sehr gut gepasst hat und auch immer noch unser sehr guter Platzbaupartner ist. Also man musste dann ein bisschen aktiv werden, man konnte nicht einfach ins Internet gehen und sich so ein Ding bestellen, sondern da geht es natürlich um größere Summen und auch um ein gewisses, ja, wir wollen sicherstellen, dass die Qualität gut ist und dass wir da einen guten Partner haben und das haben wir dann auf diesem Weg gemacht. Okay, dann habt ihr also das Material dank EU in Spanien holen können. Ohne EU wäre es, glaube ich, erheblich komplizierter geworden. Wie ging das denn in Deutschland, Tennisvereine davon zu überzeugen, sich jetzt mal, nicht respektierlich gemeint, so eine Glaskiste auf den Platz zu stellen? Das ging nicht nur, sondern das geht noch und das wird noch eine ganze Weile weitergehen, dieses Projekt. Liebe Tennisvereine, ihr habt mit Paddel eine unfassbar gute Chance, entweder euch zu retten und zu rehabilitieren, weil ihr gerade doch sehr am Leiden seid und Mitgliederschwund zu verzeichnen habt, schon seit längerer Zeit und keinen richtigen guten Ansatz bisher gefunden habt, wie man das auffangen kann. Oder vielleicht auch Vereine, die schon sehr modern, zeitgemäß, innovativ aufgestellt sind, Paddel mit reinzunehmen und somit noch besser, noch besseres Angebot zu haben, noch moderner und attraktiver zu sein für Zielgruppen, die man vielleicht mit anderen Sportarten nicht erreichen kann. Also das sind, das ist ja einer unserer Bausteine, ist ja Consulting und da fahren wir gerne zu Tennisvereinen raus, schauen uns deren Anleigen an und sagen, guck mal hier, zwei brachliegende Tennisplätze, fangt doch mal mit einem Paddelplatz an, hier mit so einem Glaskasten, können wir euch, da beraten wir euch sehr gerne, wir erklären euch, wie Paddeln funktioniert, wir erklären euch, wie ihr den Rest der Mitgliedschaft oder auch im Vorstand überzeugen könnt, dass Paddeln eine absolut sinnvolle Ergänzung ist. Und du hast ja direkt konkret auf Tennisvereinen angespielt, der klassische Tennisverein, nur mit Tennis-Mitgliedschaftsangebot, den wird es vermutlich, das wird schwer sein, dieses Konzept zu halten und damit erfolgreich zu sein. Erfolgreich kann natürlich jeder für sich irgendwie definieren, was es bedeutet, aber wir würden doch heute sehr empfehlen, da sich etwas breiter aufzustellen und von so einem Mono-Sportarten-Tennisangebot abzurücken und sich zu öffnen. Und Paddel ist so nah an Tennis dran, dass es wirklich für jeden im Verein verständlich ist und jeder kapiert, aha, da kann man Tennis und da kann man Paddel spielen, das macht total Sinn, da werden wir doch mal Mitglied und können die ganze Familie da unterbringen, was vorher mit nur Tennis vielleicht nicht möglich war. Ja, und wie das genau geht, was die Zukunft so im Petto hat und wo ihr das Ganze mal live erleben könnt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich! Das Achtelfinale des DHB-Pokals ist ausgelost. Unter anderem empfängt Titelverteidiger TBV Lemgo die Füchse Berlin. Rekordsieger THW Kiel muss zur TSV Hannover-Burgdorf. Ein Zweitligist wird auf jeden Fall ins Viertelfinale einziehen, denn der VfL Gummersbach trifft auf die HSG Nordhorn-Lingen. Sebastian Vettel startet beim großen Preis der USA am Sonntag vom letzten Startplatz. Durch einen Motorenwechsel an seinem Aston Martin wird er ans Ende des Feldes strafversetzt. Ein erfolgreiches Rennen in Austin wollte Vettel trotz der Umstände nicht ausschließen. Der Circuit of the Americas bietet Überholmöglichkeiten und sei deshalb ein guter Ort für eine Motorenstrafe. Im Zuge des Conference-League-Spiels zwischen Fußball-Bundesligist Union Berlin und Feier Nordrotterdam sind 75 Menschen festgenommen worden. Dies teilte die Rotterdamer Polizei mit. Demnach seien im Vorfeld des Spiels eine Gruppe von 59 Union-Anhängern gesichtet und wegen des Verdachts der Vorbereitung offener Gewalt vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Weitere 16 Personen wurden unter anderem wegen des Verdachts auf Vandalismus und des Besitzes von Feuerwerkskörpern festgenommen. Das waren die aktuellen Sportnews im SID-Newsblog. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf mein-sport-podcast.de Hallo, da sind wir wieder mit Patrick Pihan und Richard Ströhl von Paddelbox und reden halt eben über genau das, über Paddelbox. Man hat uns gerade erklärt, wie die beiden zum Paddeln gekommen sind, wie sie in München eine Hotelbar belästigt haben mit ihrem Konzept und zur Paddelbox gekommen sind. Und jetzt ist die Frage, wie ging es denn los mit dem ersten Paddelplatz, Paddelbox, die ihr gebaut habt? War das so einfach, wie man sich das vorstellt, oder eher richtig kompliziert? Auf gar keinen Fall war das einfach. Also das malt sich im Kopf immer sehr schön aus. Wir haben da eine Tennis-Halle und machen da jetzt eine Paddelbox draus. Da tauchen aber dann Schritt für Schritt Themen auf, die du so selber nicht auf dem Schirm hast. Ich glaube, was uns am nachhaltigsten begleitet hat, war die Fußbodenheizung, wo wir davon ausgegangen sind, dass die entleert wurde. Bei uns in der Paddelbox haben wir Fußbodenheizungsschleifen unter dem Beton. Und da musste halt Wasser raus, weil wir mussten die Paddelplätze in das Fundament verbauen, 35 Zentimeter tief. Und hatten natürlich Angst, dass wir diese Heizschleifen anbohren und dass dann Wasser ausläuft. Weil Fußbodenheizungen laufen halt über Wasser. Also haben wir jemanden beauftragt, der das Wasser da rauslässt? Und am nächsten Tag kam dann jemand, der fräsen sollte in das Fundament rein. Und natürlich waren die Heizschleifen und Heizrohre nicht komplett entleert, sodass der Handwerker, der das Fundament anfräste, anschnitt, sämtliche Fußbodenheizungsschleifen auffräste. Und entsprechend standen wir halt kniehoch im Wasser. Was dazu führte, dass wir mit unserer Family, unseren Kids, unseren Frauen in Gummistiefeln da angetanzt sind und mit Staubsaugern und Wassereimern und so dann erst mal die Fläche wieder trocken gemacht haben. Weil zwei Tage später kam der Fußbodendivelierer, weil du brauchst fürs Aufsetzen von Paddelplätzen eine ganz ebene Fläche, weil sonst die Scheiben schief stehen und die Statik nicht mehr gewährleistet ist. Und der konnte nur zwei Tage später. Ansonsten wäre der Boden nicht gerade geworden. Also haben wir dann auch noch sozusagen das Wasser unter Zeitdruck daraus geschippt mit allem, was uns zur Verfügung stand. Ja, hatte natürlich in dem Sinne mit dem Wasser auch einen schönen Paddelbezug, aber nicht der Bezug, den wir eigentlich haben wollten. Lange Rede, kurzer Sinn. Da warten schon so ein paar Sachen auf uns und haben auch auf uns gewartet. Aber das gehört ein bisschen zu der Pionierarbeit dazu. In der Form, wie wir die erste Paddelbox aufgezogen haben. So wurde das bisher in Deutschland noch nicht gemacht. Und dann sammelt man natürlich auch seine Erfahrungswerte, sowohl im Positiven, aber dann auch schlussendlich im Negativen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hat uns das aber auch der Erfahrungsschatz gebracht nach sechs Jahren, den wir heute besitzen. Und das macht uns auf der anderen Seite natürlich zu einem relativ kompetenten Beratungspartner, weil die Fehler, die wir gemacht haben, aus den Fehlern haben wir gelernt. Und wenn man die Fehler selber einmal gemacht hat, kann man vielleicht anderen Leuten dabei helfen, dass sie diese Fehler nicht ebenfalls begehen müssen. Ich glaube, dass wir selbst in der ersten Woche, was damals in München die Hotelbar war, war dann irgendwie bei uns nach einer Woche die Kölschbar, wo wir dann erst mal uns gesammelt haben und die Eindrücke der ersten Woche verarbeitet haben und dann erst mal realisiert haben, auf welche Reise wir uns da begeben haben. Da waren ein paar spannende und auch sehr legendäre Abende dabei. Aber ich denke, das gehört schlussendlich zu einer Startup-Geschichte mit dazu. Was an der Stelle auch ganz klar gesagt sein muss, wir hatten die Rückendeckung von unseren Familien, unsere Frauen vorrangig, die sich da voll mit eingebracht haben, die das voll mitgetragen haben. Und man muss jetzt an der Stelle vielleicht auch die Gelegenheit ergreifen, unseren Frauen dafür einmal Dankeschön zu sagen, im ganz öffentlichen Rahmen, ohne die das wahrscheinlich so in der Form nicht möglich gewesen wäre und die sicherlich an der ersten Paddelbox und auch an jeden weiteren Paddelboxen ihren Anteil mit so beigetragen haben. Und das hat uns aber auch schlussendlich, als die beiden Familien, hat uns das zusammengeschweißt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir fühlen uns so ein bisschen, ja, wir haben in diesen Paddelboxen so ein bisschen unsere Heimat gefunden. Und dieser familiäre Spirit, der diese Paddelboxen aufgebaut hat, den versuchen wir tagtäglich zu leben mit unseren Mitarbeitern. Wir haben mittlerweile knapp 14 Mitarbeiter bei uns in der Firma, aber auch gegenüber unseren Kunden, dass die sich halt familiär abgeholt fühlen und verstehen, dass sie bei uns in unseren Paddelboxen bei Freunden zu Gast sind. Das versuchen wir so ein bisschen als Wert zu vermitteln, aber auch zu leben. Ja, das hört sich sehr, sehr nach klassischer Start-up-Story an. Und ich kann nur bestätigen, das Wichtigste ist, ein supportive Umfeld sozusagen, um sowas auf die Reihe zu kriegen. Nun macht ihr ja nicht nur Paddelplätze, sondern macht ihr ja im Prinzip alles, was mit Paddel zu tun hat mittlerweile. Wie sieht es denn um Paddel in Deutschland aus? Ihr habt ja gesagt, dass in Spanien das die Nummer zwei nach Fußball ist. Das ist es in Deutschland noch nicht. Da sind noch ein paar davor. Aber wie sieht denn die Straße davor aus? Ja, das ist genau unser Thema ja gerade, dass wir, wir gucken immer in die Nachbarländer, wie schnell und wie groß Paddel da teilweise schon geworden ist und immer innerhalb recht kurzer Zeit total geboomt ist. Und da wollen wir auch hinkommen in Deutschland. Und wenn wir uns dann vielleicht von den Ländern um uns herum, Spanien ist immer so die absolute, die müssen wir außen vor nehmen. Das ist ein anderes Universum im Paddelsport. Und danach kommen dann Länder um Spanien herum, natürlich Portugal, Frankreich, die über die Nähe zu Spanien schnell und früh davon Wind bekommen haben. Und wie es das so ausgebreitet hat, inzwischen sind so Länder wie Schweden, also Schweden ganz extrem, ist vermutlich jetzt, ja, wird so mit Frankreich sind das so die Nachfolger, also die Verfolger von Spanien, was Leistungsstärke angeht, was aber auch Paddelplatzanzahl angeht. Und selbst Holland und Belgien haben schon deutlich früher erkannt, das Paddel, was für die Breite ist, für Breitensport, für Freizeitsport, auch für Vereine und so. Und wir hängen da so ein bisschen hinterher. Aber in Zahlen, weil das kann man sich auch ganz einfach, es gibt direkt ein Bild, also in Schweden gibt es inzwischen 1600 Paddelplätze, in Holland sogar über 450 Plätze. Und wir sind in Deutschland bei knapp 100 Plätzen, Stand heute, Oktober 2021. Und wir gehen davon aus, dass sich bei uns auch ein Boom einstellen wird, so ein Tipping Point, den es im nächsten Jahr irgendwann geben wird, wenn die ganzen, es gibt unheimlich viel Bewegung gerade. Es gibt Anfragen von Tennisvereinen, wir wissen, dass verschiedene Gruppen in Deutschland, auch teilweise aus dem Ausland, auf der Suche nach Locations in größeren Städten sind. Und da wird einiges passieren in 2022. Die Wege bei den Vereinen vor allem sind sehr, sehr lang, wenn es um das Thema Finanzierung und auch Genehmigung, sagen wir erstmal intern im Verein und dann auch noch extern über Stadt und Land und wer noch immer zustimmen muss. Das heißt, sobald der Verein kommt auf die Idee, ich möchte einen Paddelplatz haben, finde das gut, bis hin zu, wir können da den ersten Ball auf dem Platz spielen, das kann mal locker zwei Jahre dauern. Und wenn wir aktiv, auch ungefähr vor zwei, drei Jahren angefangen haben, Vereine zu beraten, das Thema Paddel deutschlandweit zu pushen, dann dürfte nächstes Jahr, wir sind auch nicht die ganz Allereinzigsten, wir sind aber die Einzigen, die das so in der Größe und in der Professionalität und mit der Manpower machen, wenn das dann irgendwann mal anfängt zu wirken, das wird dann auch einen Einschlag geben. Und dann können wir uns schon sehr gut vorstellen, dass diese Größenordnung Schweden, 1500 Plätze, dass man das innerhalb kürzester Zeit, drei Jahre, vier Jahre, wird das bei uns auch passieren, ganz sicher. Also da gibt es einfach keinen Grund, weshalb das nicht passieren sollte. Und dafür muss man irgendwie anfangen, sich aufzustellen. Und da sind wir gerade ganz gut dabei. Und wieso sollte ich denn als Sportverein oder sportliche Location, vielleicht auch so größere Fitnessstudios und so weiter, überlegen, ob ich nicht auch noch auf Paddel neben Tennis und Badminton und so weiter setzen soll? Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Der sicherlich naheliegendste Grund für Tennisvereine ist die Kombination aus Mitgliedererschließung, Vereinsleben, aber auch Fördermöglichkeiten. Soll heißen, schönes Statistikbeispiel, Statistikbeispiel, durchschnittliche Tennisspieler ist 42 Jahre alt, 70 Prozent aller Paddelspieler sind zwischen 18 und 40. Heißt, wenn ich Paddel in einem Tennisverein aufsetzen würde, würde ich das generieren können, was in den 80er Jahren Tennis auch so ein bisschen ausgezeichnet hat. Nämlich ein ganzheitliches Vereinsleben, wo junge Familien wieder stattfinden, wo die Verweildauer erhöht wird, wo Jugendliche herangeholt werden über das Thema Paddel. Dadurch entstehen neue Berufsperspektiven für beispielsweise Tennistrainer. Es wird mehr Geld ausgegeben in Vereinsgastronomien. Das sind alles Themen, die bei einem Tennisverein natürlich vordergründig sind, plus die Tatsache, dass Paddelplatzbauprojekte über Fördertöpfe bis zu 87 Prozent finanziert werden können, sodass die Vereine selbst kaum auf eigenen Kosten sitzen bleiben und gleichzeitig aber die Möglichkeit haben, innerhalb eines Jahres zwischen 90 und 120 neue Mitglieder zu gewinnen über das Thema Paddel. Das ist das, was in der Vereinslandschaft augenscheinlich und offensichtlich ist. Was Fitnessstudios betrifft oder andere kommerzielle Betriebe, geht es vielmehr um tatsächlich Mehreinnahmen zu erzielen auf geringen Quadratmetern. Fitnessstudios rechnen meistens in Umsatz pro Quadratmeter. Da bist du natürlich mit größeren Tennisplätzen, die es teilweise in Fitnessstudios noch gibt, mit zwei Mann. Auf einem Tennisplatz bist du natürlich wirtschaftlich in der Rechnung eines Fitnessstudios nicht so gut aufgestellt. Paddel ist da etwas, was da lohnenswerter ist, was aber auch eine gute Synergie darstellt. Viele Länder, Schweden, Frankreich, Spanien, zeigen, dass die Kombination aus Fitnessstudio und Paddelcenter sehr, sehr gut funktioniert, weil die Zielgruppe Paddelspieler sind auch nicht unbedingt sportartspezifische Menschen, sondern es ist eher der Breitensportler, also die ganzen Leute, die bei Urban Sports Club und Co. unterwegs sind, oder die ehemaligen irgendwas, ehemalige Fußballer, ehemalige Hockeyspieler etc. Und fitnessorientierte Menschen sind meistens sportaffine Menschen, deswegen würde das sehr, sehr gut funktionieren, würde auch am Ende so ein bisschen Community-Charakter in so ein Fitnessstudio reinbringen. Das sind alles so Aspekte, die für eine Integration in einem Fitnessstudio sprechen würde. Und so kann man das auf verschiedene Plattformen und verschiedene Institutionen kann man doch schlussendlich umlegen, weil wie Richie gesagt hat, Paddel kann sehr, sehr viel. Paddel kann Mitgliederrückgänge stoppen, neue Mitglieder gewinnen, es kann Innovationsthemen bedienen, es kann aber auch Wirtschaftlichkeitsthemen bedienen, wie zum Beispiel bei einem Multifunktionscenter, wo einfach 200 Quadratmeter Fläche übrig sind und der Besitzer oder Betreiber nicht unbedingt weiß, was er mit der Ecke machen soll und keine große Lust hat, da die 85. Fitness-Ecke mit Yoga-Ball und Yogamatte hinzulegen. Da ist Paddel tatsächlich eine willkommene Alternative, die sich wirtschaftlich dann auch rechnet für ihn. Okay. Also würdet ihr Sportvereinen dazu raten, wenn sie gerade so dank Corona natürlich auch Mitgliederschwund haben und in Probleme geraten, doch mal mehr als ein Auge auf Paddel zu werfen? Absolut. Paddel ist eine hervorragende Ergänzung für sämtliche Sportarten, die es da draußen gibt, ob das Beachvolleyball ist, ob das Fußball ist, ob das Tennis ist oder was es am Ende des Tages auch sein kann oder sein soll. Weil wie gesagt, Paddel ist sehr, sehr schnell zu erlernen. Du hast sehr, sehr viel Spielspaß, du kannst es aber auch leistungsorientiert betreiben und es ist halt eine Sportart, die sportinteressierte Menschen abholt und deswegen ist es mit jeder anderen Sportart auch kompatibel. Und es ist, obwohl es eine Racketsportart ist, ist es einfach sehr Community getrieben, sodass du eine Art Gemeinschaft dann auch schlussendlich erzeugst und nicht in der Situation bist, so eine Gruppe von Individualsportlern in deinem Verein drin zu haben, sondern du hast so ein bisschen Gruppenbildung und das passt in Vereinsgefüge sehr, sehr gut rein. Das ist, glaube ich, auch etwas, was die Leute mittlerweile und vor allen Dingen, glaube ich, nach dieser Pandemie abholen wird. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie Vereine durch Paddel weiter nach vorne kommen, was Vereine vielleicht auch ändern müssen, um weiter nach vorne zu kommen oder sich wieder zu erholen, ob das mit Paddel passiert oder mit anderen Dingen. Ihr seid auch am 27.10. auf der FSB-Messe in Köln, richtig? Richtig. FSB-Messe in Köln, da geht es ja um Freiraum, Sport und Bewegung. Da werden wir bei einer Podiumsdiskussion beziehungsweise, wir werden das ja auch als eine Podcast-Folge machen, werden wir uns genau nochmal genauer anschauen, wie wir denn Paddel in den Verein bekommen, mit allen Bausteinen, die dazugehören. Ob es der Bau ist, ob es eine Finanzierungsmöglichkeit ist, ob es eine Integration von System-Paddel, muss ja auch irgendwie dann im Verein stattfinden. Das war ein Punkt, den ich eben auch noch mit anbringen wollte, ist, dass wir mit Paddel ja was Modernes, Lifestyle-iges, Zeitgemäßes mitbringen, was auch jedem Sportverein sehr, sehr gut tut, dass man sich über digitale Tools verabredet und Online-Buchungssysteme nutzt und so weiter. Das bringen wir mit und würden somit auch direkt die eigentliche Erstsportart im Verein, ob das jetzt Tennis ist oder was auch immer, mitziehen und mit moderner aufstellen. Ja, und genau darüber, wie du auch schon sagtest, redet ihr am 27.10. bei einer Podiumsdiskussion. Die gibt es dann wahrscheinlich auch als Podcast. Ja, und wir sind auch dabei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zu präsentieren und über Paddel zu reden und über die Möglichkeiten, die Paddel bietet. Wir sehen uns auf jeden Fall am 27.10. Ja, bis dann. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Tschö. Jeder kennt die Geschichte. Aber was ist die Story hinter der Story? Von Sport über Politik, Gesellschaft, Prominenten bis hin zu Kontroversen aus dem wahren Leben. Der neue Sender Sky Documentaries zeigt die Geschichten dahinter. Mit hochkarätigen Produktionen von HBO und Showtime sowie Sky Originals präsentiert der Sender eine umfangreiche Mischung an Dokumentationen, die fesseln und vor allem unterhalten. Sky Documentaries. Jetzt neu auf Sky. Kennst du schon? Musikantensteudel. Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel. Heute huldige ich George Michael. Er hatte ja eigentlich schon immer auf der Überholspur gelebt. Aber nein, das genügte nicht. Es musste der Grünstreifen in der Mitte sein, gleich in der Mittelleitplanke. Am besten bei Tempo 250. Der 25. Dezember 2016, als er überraschend schnell von uns ging, war ein Schlag und sein Last Christmas. Einer der größten Hits der 90er Jahre. Das war Insomnia von Faithless. Er ist auch auf der Bravo Hits 14 zu hören. Auf der Bravo Hits 14 sind auch andere Songs. Wir sprechen darüber in der neuen Ausgabe von Na Bravo. Jenny Wu und ich, Andreas Thies, werden euch durch diese CD begleiten. Viel Spaß dabei. Na Bravo, der offizielle Bravo Hits Podcast. Auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise. Ladies and Gentlemen, I want to tell you About the Beatles. Der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus. Help, vordergründig der Soundtrack zum zweiten Kinofilm der Beatles. Aber bei genauerer Betrachtung ist das fünfte Album der Band viel mehr. Und vor allem nur zur Hälfte überhaupt im Film zu hören. Die Rückseite der Platte nämlich hat mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Ist aber ein Fingerzeig für die weitere Karriere der Fab Four. meinmusikpodcast.de Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Manieraren FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Hallo, hier ist Willi Landkamp. Missdots 2. Liga. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf mein-sport-podcast.de ist, wenn es in der Nähearen oder die Häuser gibt. Die Profis am Mikrofon. Vielen Dank.